Willkommen zu diesem Video. Als historische Information für die, die das Video später sehen, wir befinden uns mitten in der Klausurensaison Sommer 2020. Das ist für mich jetzt eine gute Gelegenheit, vielleicht nochmal ein paar kürzere Videos zu machen zu Dingen, die in meiner Erfahrung öfter mal in Klausuren nicht so gut funktionieren, obwohl sie eigentlich relativ einfach sind. Und in dem Rahmen geht es jetzt um den Unterschied von Pronomina und Artikeln. Mein Verständnis davon, was der Unterschied zwischen Artikel und Pronomina genau ist, wird erklärt in meiner Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen. Das ist ein Open Access Buch und Sie können es unter dem Link in der Beschreibung des Videos kostenfrei herunterladen. Wir haben hier den Satz Sie sieht etwas. In diesem Satz haben wir zwei einfache Fälle von Pronomina vor uns. Man spricht bei dieser Art Pronomen auch von einem Personalpronomen und hier von Indefinitpronomen oder sowas. Das sind Begriffe, die mir nicht so wichtig sind. Warum nennen wir sie aber Pronomina? Nun, weil sie für andere Nomina, sogar genauer gesagt für ganze Nominalfrasen stehen. Die Kollegin sieht das Buch. Hier sehen wir einen Satz, der genauso aufgebaut ist, aber statt der Pronomina stehen hier volle Nominalfrasen, prototypische Nominalfrasen aus Artikel und Substantiv. Alle diese vier unterstrichenen Elemente sind Nominalfrasen, nur diese enthalten als Kopf halt ein Pronomen und diese hier nicht. Die enthalten ein lexikalisches Substantiv als Kopf, Buch und Kollegin. Das illustriert aber, was man damit meint, dass Pronomina für Nominalfrasen im Ganzen stehen. In diesen vollen Nominalfrasen sehen wir jetzt auch gleich einen Bereich, in dem das Pronomen auch unterwegs ist, nämlich hier die Artikelposition. Der Artikel ist ein Element, das die Nominalfrasen, die ein Substantiv als Kopf hat, also sowas wie Buch und Kollegin als Kopf, nach links abschließt. Vor dem Artikelwort steht links in einer Nominalfrasen niemals etwas. Sie sehen an diesen beiden Sätzen also die prototypische syntaktische Position eines Pronomens, nämlich als Kopf einer pronominalen Nominalfrasen. Und Sie sehen hier die prototypische Position der Artikelwörter, nämlich als linker Abschluss einer Nominalfrasen. Das war quasi die Wiederholung einfach von den beiden Verwendungsweisen. Wenn Sie jetzt entscheiden sollen, ob ein bestimmtes Wort, wie zum Beispiel das, sie, etwas oder eben auch die, ein Pronomen oder ein Artikel ist, dann müssen Sie erstmal entscheiden, in welcher von diesen beiden Situationen Sie sind. Sind Sie in der Situation, wo das Pronomen für sich eine NP bildet oder ist es so eine NP, wo das Wort in Artikelfunktion steht? Im ersten Fall ist es ganz einfach. Wenn Sie diese Art der syntaktischen Verwendung vor sich haben, ist es immer ein Pronomen. Es gibt keine Artikel in Pronominalposition. In dieser Art von syntaktischem Kontext ist es also immer ein Pronomen. Der etwas schwierigere Fall ist der, zu dem wir jetzt zurückkommen, wenn nämlich ein Wort in Artikelfunktion steht. Dieser Kollege ist ein Fotograf. In dem Satz haben wir zwei Nominalfrasen. Beide stehen im Nominativ. Das ist in so Coppola-Sätzen tatsächlich typisch. Wir haben in diesen Nominalfrasen jeweils hier Artikelwörter. Und ich habe eben gesagt, ein pronominal verwendetes Wort ist immer ein Pronomen. Bei diesen Wörtern in Artikelfunktion haben wir jetzt eben die Situation, dass manche von denen Pronomina in Artikelfunktion sind und manche von denen sind einfach Artikel. Das Problem entsteht, weil Sie diese Stämme, die hier vorkommen, von dieser und ein, die können Sie eben auch pronominal verwenden. Das heißt, Sie können einen Satz bilden wie dieser ist einer. Zum Beispiel auf die Frage, sind einige von deinen Kollegen eigentlich Fotografen? Könnte man antworten, ja, dieser ist einer und dabei auf den betreffenden Kollegen zeigen. Es sind aber dieselben Stämme, dies und ein. Die Frage ist, sind das auch zwei verschiedene Wörter in dieser Funktion und in dieser Funktion? Oder können wir sagen, das ist dasselbe Wort, was in zwei verschiedenen Kontexten verwendet wird? Was Sie sich einprägen können, das ist für Klausursituationen sicherlich ganz gut. Natürlich wäre es schöner, wenn Sie es auch verstehen, warum, ist, dass, wenn Sie es mit den Stämmen ein, kein, mein, dein, sein, euer, unser, ihr oder der, die das zu tun haben, Sie hier einen Unterschied machen müssen. Das sind also die sogenannten indefinit Artikel bzw. Pronomina, ein und kein, dann die sogenannten Possessivartikel bzw. Pronomina, mein, dein, sein, euer, unser, ihr, das sind jeweils die Stämme und der, die, das. Bei dieser Gruppe von Stämmen haben Sie es in dieser Verwendung mit einem echten Artikel zu tun und in dieser Verwendung mit einem Pronomen. Wohingegen bei allen anderen Stämmen, die als Wort dann sowohl in Artikel als auch in Pronominalfunktionen vorkommen, Sie es immer nur mit einem Pronomen zu tun haben. Ich persönlich habe mir, wenn ich ganz ehrlich bin, für meine Unterrichtspraxis vor langer Zeit natürlich eingeprägt, ein, kein, mein, dein, sein, euer, unser, ihr, der, die, das. Da muss ich diese Unterscheidung machen. Bei allen anderen Wörtern, die in beiden syntaktischen Kontexten vorkommen, muss ich die Unterscheidung nicht machen. Ich kann Ihnen natürlich aber auch erklären, warum das so ist. Ich habe das nicht nur auswendig gelernt. Und Sie sehen das Prinzip, nachdem man das entscheidet, eigentlich in diesen Sätzen vor sich. Hier ist die Endung im Nominativ dieselbe, sowohl in Artikelfunktion als auch in Pronominalfunktion. Bei dem Stamm ein haben Sie hier er und hier im Singular Maskulinum Nominativ haben Sie nichts. Obwohl also hier alle Merkmale übereinstimmen, Nominativ Singular Maskulinum, flektiert dieses Wort anders, je nachdem, ob Sie es Pronominal verwenden oder als Artikel. Und sobald solche Unterschiede bei einem dieser Stämme auftreten, sagen wir ja, okay, da gibt es zwei verschiedene Wörter, ein Artikel und ein Pronomen. Und bei den anderen sind die Formen immer komplett gleich, egal ob in dieser oder jener Verwendung. Und da nennen wir das einfach durchweg ein Pronomen, das kann halt in zwei verschiedenen syntaktischen Funktionen auftreten. Und Sie müssen das jetzt natürlich nicht für jede Form jedes Mal neu entscheiden. Es geht nicht darum, ob die konkrete Form abweicht in den beiden Verwendungen. Es reicht, dass Sie feststellen, dass es einer der Stämme ist, bei denen es Abweichungen gibt. Und dann ist es ein Pronomen oder Artikel, je nach syntaktischem Kontext. Die Formenabweichungen sind für die Stämme ein, kein, mein, dein, sein, euer, unser, ihr, dieselben. Die Abweichungen bei der, die, das sind andere. Aber auch da gilt, dass in diesen beiden Verwendungen die Formen nicht halt immer gleich sind, auch wenn alle anderen Merkmale übereinstimmen. So machen Sie das also. Und ich habe Ihnen sogar gleichzeitig noch ein bisschen erklärt, warum man das macht. Ich hoffe, es hat Ihnen was gebracht. Viel Erfolg bei Klausuren, die Sie jetzt oder irgendwann mal schreiben. Fragen und Anregungen bitte wie immer in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.